Megan Anna Rapinoe ist eine US-amerikanische Fußballspielerin. Sie spielt für den Seattle Reign FC in der NWSL und für die US-amerikanische Nationalmannschaft. Leben und Karriere Rapinoe begann mit dem Fußballspielen während ihres Studiums an der University of Portland. Zuvor hatte sie in den U12 und U14 Mannschaften der Portland Mavericks gespielt, ehe sie zu ELK Grove United wechselte. Von 2004 bis 2008 spielte sie für die Portland Pilots, mit denen sie 2005 die NCAA-Meisterschaft gewann. Obwohl sie mehrere Knieverletzungen erlitt, gehörte sie zu den besten offensiven Mittelfeldspielerinnen der Pilots mit einer hohen Torquote und wurde für mehrere Auszeichnungen nominiert. Beim Start der WPS spielte sie für Chicago Reef Stars. Rapinoe durchlief mehrere US-Jugendmannschaften. Sie nahm an der CONCACAFU-19-Meisterschaft der Frauen 2004 teil, bei der das US-Team den zweiten Platz belegte und sich für die U19-WM qualifizierte. Sie erzielte dabei in drei Spielen drei Tore. Bei der U19-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2004 in Thailand, bei der das US-Team den dritten Platz belegte, kam sie in fünf Spielen zum Einsatz und erzielte drei Tore. Drei Wochen nach ihrem 21. Geburtstag bestritt sie am 26. Juli 2006 gegen Irland ihr erstes A-Länderspiel. Das erste Länderspiel-Tor folgte am 1. Oktober 2006 gegen Taiwan. Als sie in der 79. Minute das 9 zu 0 erzielte und drei Minuten später das Tor zum 10 zu 0 entstand. Nach der Rückkehr zu ihrem College-Team erlitt sie einen Kreuzbandriss, wodurch sie bis 2009 zu keinen weiteren Einsätzen kam. Beim Algarve Cup 2009 gehörte sie zur Mannschaft, die im Endspiel im Elfmeterschießen gegen Schweden verlor. Sie kam erst am 22. Mai 2010 wieder zum Einsatz. Als sie beim 4 zu 0 gegen Deutschland in der 69. Minute für Rekord-Nationalspielerin Christine Lilly eingewechselt wurde. Beim CONCACAF Women's Gold Cup 2010 bestritt sie drei Spiele, erzielte zwei Tore und bestritt auch beide Playoff-Spiele gegen Italien. Wobei sie im Rückspiel die Vorlage zum 1 zu 0 Siegtreffer durch Amy Rodriguez gab. 2011 kam sie in neun von zehn Spielen zum Einsatz U.A. bei den Siegen im Vier-Nationen-Turnier und Algarve Cup. Sie gehörte zum Kader der USA für die Weltmeisterschaft 2011 in Deutschland. Beim ersten WM-Spiel gegen Nordkorea wurde sie in der 79. Minute beim Stand von 2 zu 0 eingewechselt. Im zweiten WM-Spiel gegen Kolumbien erzielte sie in der 50. Minute das Tor zum 2 zu 0. Im Tor-Jubel griff sie sich eines der Außen-Mikros am Spielfeldrand und sang zur Erheiterung der Zuschauerborn in den USA. Im Viertelfinale gegen Brasilien, das die USA nach einem 2 zu 2 NV mit 5 zu 3 im Elfmeterschießen gewannen, schlug sie die Flanke zum Ausgleichsdorf von Abby Wambach und war im Elfmeterschießen als vierte US-Schützin erfolgreich. Im Halbfinale gegen Frankreich wurde sie in der 65. Minute eingewechselt. In der 82. Minute gab die die Vorlage zum Tor zum 3 zu 1 Entstand durch Alex Morgen. Im Finale stand sie in der Startelf und machte insbesondere über die linke Seite viel Druck. In der 69. Minute schickte sie mit einem langen Pass aus der eigenen Hälfte Alex Morgen, die diesen aufnahm und den 1 zu 0 Führungstreffer erzielte. Da die Japanerinnen sowohl diesen als auch den erneuten Führungstreffer durch Wambach ausgeglichen, kam es zum Elfmeterschießen. Das Japan mit 3 zu 1 gewann. Da Repinu in der 114. Minute ausgewechselt worden war, kam sie beim Elfmeterschießen nicht zum Einsatz. 2011 spielte sie in der WPS für Philadelphia Independence. Er hielt dann einen Kontrakt für die mittlerweile aufgelösten Magic Jack und wechselte anschließend zu Seattle Sounders Women. Repinu gehörte zum US-Gader für das Olympische Fußballturnier 2012 und wurde in allen Spielen eingesetzt. Im Halbfinale gegen Kanada, das mit 4 zu 3 nach Verlängerung gewonnen wurde, gelich sie zweimal die Führung der Kanadierinnen aus. Wobei sie beim 1 zu 1 einen Eckball direkt verwandelte. Durch einen 2 zu 1 Finalsieg über Japan gewann sie mit dem US-Team ihre erste Goldmedaille. Am 9. Januar 2013 unterschrieb sie einen Halbjahresvertrag beim dreimaligen UEFA Women's Champions League Gewinner Olympique Lyon. Obwohl sie zeitgleich vom US-amerikanischen Fußballverband der NWSL-Franchise Seattle Reign FC zugewiesen worden war. Am 2. Februar 2013, dem 15. Spieltag der Division 1 Feminine, gab sie ihr Debüt für Olympique Lyon und erzielte einen Spieltag später am 23. Februar 2013 ihr erstes Ligator gegen EA Green Gump. Nach Ende der europäischen Saison schloss sie sich im Juni 2013 Absprache gemäß dem Seattle Reign FC an und kehrte zur Saison 2013 14. wiederum auf Leihbasis nach Lyon zurück. Ihre ursprünglich für nach Saisonende angedachte Rückkehr in die USA wurde im Januar 2014 sofort vollzogen. Mit Seattle Reign FC schloss sie die Saison 2014 dann auf dem ersten Platz ab und erreichte anschließend in den NWSL Championship Playoffs das Finale. Verlor dieses aber mit ihrer Mannschaft gegen FC Kansas City, wobei ihr nur noch der Anschlusstreffer zum 1 zu 2 in Stand gelang. Auch in der folgenden Saison wurde Seattle wieder erst danach der regulären Saison und verlor das Finale gegen Kansas City. Dabei erzielte sie fünf Tore und gab fünf Vorlagen, womit sie ins zweite NWSL-Best-C-Team gewählt wurde. Rapinoe wurde auch für die WM 2015 nominiert und erzielte im ersten Spiel gegen Australien das erste Tor sowie das Tor zum 2 zu 1 und wurde als Spielerin des Spiels ausgezeichnet. Im Achtelfinale gegen Kolumbien erhielt sie ebenso wie Lauren Holiday die zweite gelbe Karte, wodurch beide für das Viertelfinale gegen China gesperrt waren. Gegen Deutschland kehrte sie dann wieder in die Startelfe des Halbfinalspiels zurück. Im Finale gegen Japan wurde sie in der 80. Minute durch Abby Wambach ersetzt, die damit auch noch zu einem Finaleinsatz kam. Durch das 5 zu 2 wurde sie erstmals Weltmeisterin. Aufgrund eines Kreuzbandrisses, den sie sich beim Training während der auf die WM folgenden Victory-Tour zugezogen hatte, konnte sie weder für das Qualifikations-Donner für die Olympischen Spiele 2016 noch den Chebel-Lewes-Cup berücksichtigt werden. Privates Im Juli 2012 bekannte sich Rapine Ö öffentlich zu ihrer Homosexualität und ihrer damaligen Lebensgefährtin, der australischen Fußball-Nationalspielerin Sarah Walsh. Anschließend wurde sie mit dem Board of Directors Award der Los Angeles Gay & Lesbian Center ausgezeichnet. Im August 2015 gab Rapine Ö ihre Verlobung mit der US-amerikanischen Sängerin Sarah Cahun bekannt. Rapine Ös Zwillingsschwester Raphael Rapine Ö spielte ebenfalls für Portland Fußball und spielte für UMF Stianan in der UEFA Women's Champions League. Erfolge Vize-Weltmeisterin bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2011 in Deutschland Weltmeisterin bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2015 in Kanada Auszeichnungen Weltmeisterin bei der Fußball-Weltmeisterin 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 bei